Jetzt gibt es endlich ein Update zum Thema Liebe, wen du willst. Denn dass es dazu hier in den letzten Tagen etwas ruhiger geworden ist, heißt nicht, dass nichts passiert ist. Tatsächlich ist so viel passiert, dass das Ganze schon lange kein Job mehr für nur eine Person ist. Deshalb sind wir jetzt mit einem ganzen Team an der Sache dran. Wir haben in den letzten zwei Wochen Beweise gesammelt, mit Betroffenen, Ehemaligen und Fachleuten gesprochen. Dabei ist einiges zusammengekommen. Aktuell schwirren auch viele Informationen durchs Internet. Uns ist aber bei der Auswertung und Verifizierung besonders wichtig, gewissenhaft und rechtssicher zu handeln und vor allem Betroffene zu schützen. Wir koordinieren die journalistische Recherche außerdem mit den entsprechenden öffentlichen Stellen und übergeben relevante Inhalte sofort an Polizei und Staatsanwaltschaft. Hinter uns steht ein ganzes Team, mit dem wir unter Hochdruck aktuell an der ganzen Recherche arbeiten. Zum Schutz der Betroffenen werden wir uns aber auf Social Media nicht mehr zum Thema äußern, bis die Recherchergebnisse veröffentlicht sind. Und wir bitten euch, die oftmals noch minderjährigen Betroffenen nicht auf eigene Faust zu kontaktieren oder Recherchen in juristischen Graubereichen zu betreiben. Das ist auch gar nicht nötig, denn die Recherche zu Liebe wen du willst läuft bereits auf Hochtouren. Also Steve und Liebe wen du willst, die ganze Sache ist noch lange nicht vorbei. Sie fängt gerade erst an. Zuhause.